Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal eine ganz andere Ankündigung für euch. Es wird am 21.10. um 18.30 Uhr einen besonderen Stream bei mir geben. Nämlich hat die liebe Community etwas für mich vorbereitet. Ich weiß nicht viel, ich weiß nur das, was auch ihr gleich in einem Trailer sehen werdet. Aber ich bin total happy und stolz, dass ich euch sowas ankündigen darf. Und allein der Gedanke, dass da Leute jetzt so viel Zeit reingesteckt haben, um mir eine Freude oder eine Überraschung zu machen, macht mich sehr sehr glücklich. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns alle an diesem Tag, nämlich dem nächsten Freitag, treffen werden, um die Arbeit dieser Personen, die sich daran beteiligt haben, entsprechend zu würdigen. Auch bitte ich euch, hier unter diesem Video mal eure Kommentare rauszuhauen und ein Feedback dazulassen. Ja, das ist diesmal nicht für mich, das ist für die liebe Community. Und wenn auch ihr Lust habt, euch zu beteiligen, vielleicht bei zukünftigen Aktionen, kommt doch einfach auf den Discord, den findet ihr in der Videobeschreibung. Der Trailer ist komplett durch die Fleißbienchen erstellt worden. Ich habe damit nichts zu tun, auch nicht mit der Musik. Ich sage mal, sie ist vielleicht ein bisschen champ-untypisch, aber da misst ihr jetzt durch. Ich fand's witzig. Also, schaut euch den Trailer an und dann sehen wir uns hoffentlich am Freitag. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.